Zeit für den Champkampf, wobei erstmal die Top 4, die Pokémon wollen alle wieder kämpfen, hätten jetzt so lange alle keinen Einsatz. Jetzt ist es endlich soweit. Die Kämpfe starten seit langer Zeit wieder. Bring him. Cosima? Ich muss mit dir reden, kannst du zur Treppe vor der Akademie kommen, wo wir uns zum ersten Mal begegnet sind? Ich warte da auf dich. Okay. Nö, nö, nö. War sie das da? Ja. Einfach umgefahren. hasta la vista wir sechs haben uns diesen spruch ausgedacht als wir damals das team gegründet haben erst so schlecht dass er irgendwie schon wieder genial ist jedenfalls wegen der illegalen lp sache ich dachte ich würde ich würde dafür so richtig ärger bekommen aber mir wurde einfach verziehen wie kommt sie meinten dass ich es wieder gut machen kann indem ich ehrenamtlich als ingenieurin bei der pokémon liga aushilfe sie haben sogar gefragt ob ich nach meinem abschluss dort arbeiten will der direktor und diese frau namens zagaria haben mich irgendwie nur gelobt sie meinten ich hätte ein sagenhaftes talent oder so sorry dass ich dich herrufen habe ich bin nicht so gut darin persönlich mit leuten zu sprechen irgendwie finde ich nie die richtigen worte aber danke für alles was teams da und meine freunde gerettet ich werde wohl nie in worte fassen können wie dankbar ich dir bin darum hier rako meteor nicht nice ich denke das wirst du gut gebrauchen können aber noch etwas ich möchte auch bei dir ich möchte auch bei dir meine schuld begleichen wenn dir also über entfällt wie ich mich revanchieren kann sagt bescheid besonders gut im umgang mit computer hacking und sowas nächstes mal möchte ich es sein die dir aushilft wenn du in schwierigkeiten stecken solltest wir sehen uns hasta la vista warum muss es denn jetzt regnen straße der sterne abgeschlossen jetzt erst echt jetzt naja ok akkometeor ist und ist eine sehr cool attacke 90 genauigkeit aber 130 stärke one hit attacke super stark jetzt habe ich nicht geguckt was spezial wir brauchen guten angriff hammer scheiße speziell das ist natürlich nicht so geil aber naja was jetzt zu machen ich kann mir noch nicht darauf klar dass sein angriff gesenkt ist egal paratyp kann man ändern wesen leider nicht ich muss irgendwie zur pokémon liga kommen da muss ich über den see glaube ich wasserfall oder was warum hat man eigentlich keine kaskade das ist sehr traurig aber egal darf ich da nicht lang oder was warum lädst du denn jetzt spiel willst du mich verarschen ach so gut oh scheiße ich habe wieder nicht am boden geguckt level 9 9 7 würde ich kurz sagen level 9 what the fuck ey ich bin gerade auf dem weg zur pokémon liga kämpft doch zum andenken mit mir akademie schüler david akademie schüler david mauzi gegen skillokok level 14 willst du mich verarschen einfach nur nein aber trotzdem mehr wer ab what the fuck ey auch eine niederlage nehme ich gerne als andenken mit ahja schön aber ich frag mich gerade echt wie ich hier hin gekommen bin oder war ein tor wahrscheinlich na gut ne man sich denken können ok ich bin mir sicher du setzt blut pokémon ein das heißt voetreal kommt zum einsatz ich habe es mir zur aufgabe gemacht jungen trainer zu erfahrung zu stellen was hat er gesagt ich habe es nicht richtig gelesen ok das ist uff ich glaube aber wegen typ boden ist das nicht schlecht oder kampf glaube ich typ kampf aber ein sandstorm mag ich nicht so also ne kampf ist es nicht weil sonst wäre es ja sehr effektiv gewesen sehr ok aber level 56 what the fuck ey das ist schon stark ja ja muss gewechselt werden was anderes bleibt mir auch nicht übrig wir haben ja ein starkes kampf ziemlich verarschen mein anderes team würde ich sagen ist besser durch trainiert also warum sind sie feuer an mein anderes team ja wie heißt es denn sag mal was soll denn das oh nein wird eigentlich flammen mein restliches team außer skillokok und maskagato mensch ich habe die schon so lange nicht eingesetzt Namen vergessen einfach sind vom level her noch nicht so weit eigentlich so das problem war zu klar das ist glaube ich typ kampf aber ich habe naja die verteidigung von skillokok wieder gesenkt kampf und stahl glaube ich wenn ich mich jetzt recht erinnere aber ich kann mich auch ah ne das war das feuer pokémon scheiße das ist ja dies das tut weh p2 artbeben aber ohne überreste wäre das nichts geworden ok so lord du musst dich noch ein bisschen mehr anstrengen beim tanken kannst zwar auch ein bisschen austeilen aber du bist eher da zum tanken ok jedes level ist jetzt wichtig aha na hast du erfahrung sammeln können ja ja die erfahrung warte mal ja gut dass ich meine pokémon vielleicht noch ein bisschen trainieren müsste aber nicht mache eine heilung bitte danke ich will jetzt eigentlich alles vorbereiten also das heißt tränke beleber alles kaufen ich habe es auch schon angefangen in der letzten folge aber das reicht noch nicht also müssen wir nein ich will mit dem einkaufstuch sprechen wir haben auch wenn es unnötig ist aber ich möchte 100 tränke haben wir haben ordentlich geld also können wir das machen 7 von euch muss alles gerade sein so 50 jahr 25 wenn wir nachher noch getüblich haben und kaufen aber hyper beller ja ein stück kann man nicht aber machen wir trotzdem äh luxusball ne flottball haben wir ja noch das alles haben wir alles ja verheilungsdinger haben wir auch alles beleber vielleicht doch noch 100 aber haben es geht haben es geht jetzt nicht mehr top tränker wieviel kann man maximal leisten 34 ok ich mein top genesung ja gut dann werden es eben noch 5 aber ich will auch nicht mit lp bezahlen weil die sind später wichtig ja wo ist denn diese scheißviech jetzt regt mich auf es ist so laut immer du bist hier oben immer gerne oder naja ich gucke jetzt noch mal nach den attacken vorsichtshalber also wir haben hier unsere feuer attacken wir sind ein spezieller angreifer ich dachte gerade habe ich gesagt feuersturm wäre eine möglichkeit man hat nur 5 ap nur licht war verbrennung ja ein äschern gut jetzt ist es eigentlich zu scharf die frage ist feuersturm oder hitzewelle 5 prozent glaubigkeit aber jetzt sind wir der trifft halt beide wenn es zwei einsatz gibt ach ne also skillokok ist fertig so hier haben wir angriff die betrug brauchen wir nicht krass aber abschlag oder nach typ ja ich bleibe nach typ erstmal gut da brauchen wir ja erstmal nicht zauberblatt ne bis vielleicht aber nicht sicher blatt weg ne ne die attacken sind auch gut beziehungsweise äh lass ich die noch mit tms verfeinern wir sind ein spezieller angreifer ja äh das heißt wie das geht schon mal nicht echt scheiß attacken muss ich ehrlich sagen da haben wir schon die besten na gut ok wir haben eine lawine das mochte ich ja sehr aber das problem war wir sind jetzt ziemlich schnell geworden strahlwasser nicht so eiszahn vielleicht war es ja feuer oder nicht eissturm auch nicht schneelandschaft auf keinen fall breitseite könnte man sich auch überlegen krankenroute wahrscheinlich nicht eissplitter auch nicht die attacken sind eh raus deswegen sind die ja schon eigentlich die besten attacken die ich dir beibringen könnte bei ach gefriert ne komm wir machen gefriert druckner raus und nehmen dafür lawine mit rein ne wir packen da wieder rein und nehmen dafür gefriert druckner aus jetzt glaube ich doch so jetzt machen wir es jetzt haben wir ich habe es auf jeden Fall richtig gemacht so fuß kick ist dumm naja er ist surfer ne ok viel ender mhm eher nicht dann wollen wir das einfach nicht gift schweif müssen wir gucken wäre halt interessant aber wir haben da andere attacken die besser sind und boss ist geil erdbeben brauchen wir auf jeden Fall so bleibt nur noch du und Backel Backel hat ja auch scheiß werte gehabt äh tauberschein ist interessant aber brauchen wir erstmal nicht ne echt scheiß attacken what the fuck als ob wobei ich überlege kraftschub aber ne eigentlich nicht habe ich noch geile tms äh euer zahn kann man überlegen Aquaville stimmt habe ich überhaupt ne wasser ich habe keine wasserattacke aber äh zoolot war ja eher speziell oder ne äh physisch meine ich doch ok also lohnt sich das nicht wir bräuchten eine wasserattacke die direkt trifft so wir wollen ja hier Aquaville ach man ey ja das ist alles blöd kalte dusche ja warum muss das speziell sein gift drive ja mag glaube ich schon würde ja interessant aber brauche ich jetzt eigentlich nicht so standpauke standpauke mit und licht stern schau auch nicht ist sturm ne oder die torladung finde ich geil aber brauche ich nicht lustig ne 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 voltwechsel haben wir ja schon sonntag ne tage brauche ich nicht landschaften schon gar nicht ne 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 russchlappe Ja, warum kann eigentlich Vogelpokémon Catwinder, äh, Flugpokémon Catwinder lernen? Bruststampfer. Hm. Wegen Toxin? Aber eigentlich nicht. Polo ist halt auch geil. Vielleicht überdeck mal sowas taktisches wie Giftspitzen zu nehmen. Oder Stachler. Boah. Du, was, nehm ich eigentlich ungern immer mit. Oh, Mülltreffer ist... Oh. Aber 5 AP ist schon echt gering. Gibt's hier echt keine geile Attacke, die ich so gerne haben würde. Gar nicht. Euer Ernst? Hydro-Pumpe. Das ist auch speziell. Und hat ne Scheiß-Genauigkeit. Und ich wüsste nicht, was ich verlernen sollte. Das ist echt scheiße. Aber so viele... Vor allem, warum kann Skilokok Erdbeeren mehr lernen? Das ist so krass. Witzekoller finde ich auch geil, aber... Ich bin ja immer gerne länger draußen. Urtsflug. Schade, dass echt niemand mehr Kampf erlernen kann. Ja, komm, dann gebe ich... Äh... Wackel... Terra... Ausbruch. Typ Fehl. Starker Attacke. Und Eiszahn weg. Gut. Na dann... Speichere ich jetzt. Und dann... Haben wir uns jetzt gut drauf vorbereitet. Und... Können ja mal gucken, wie es in der Liga aussieht. So ein bisschen schon mal gucken. Kuki, Kuki, machi. Hm? Da bin ich. Hallo Tim. Du hast dich also dazu entschieden, dich der Pokémon-Liga zu stellen. Um den Champ-Rank zu erreichen, musst du noch einen letzten Test bestellen. Und dieser findet in dem Gebäude hinter mir statt. Ich wünsche dir von ganzem Herzen viel Erfolg, Tim. Und ich freue mich schon darauf, dich bald wiederzusehen. Aha. Na los, lass mich rein. Möchtest du durch die Chat-Prüfung der Pokémon-Liga stellen? Ja. Du bist Tim von der Traum-Akademie, korrekt? Wie ich sehe, besitzt du acht Arena-Orden. Dann ist dir alles klar. Tritt bitte ein. Dich erwartet eine mündliche Prüfung. Was? Was muss ich denn da machen? Oh, hallo. Vielen Dank, dass du dich heute hier eingefunden hast. Nimm doch bitte Platz. Aber ich, aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Bitte, das wird ein Kampf werden. Naja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.